Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa shahidina, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und Israel weiß, wo er sich befindet und hat ihn dennoch nicht getötet. Es war also ein Spiel und eine laufende Theateraufführung. Sie ließen Hassan Nasrallah bis zu dem Zeitpunkt leben, den sie wollten und töteten ihn dann. Und das Geschrei und das Geschwätz, das wir alle kennen. Wir sagen herzlichen Glückwunsch an die islamische Ummah. Dieser Mann hat Millionen von Muslimen getötet. Er hat im Irak Zehntausende von Muslimen getötet, in Syrien zwei Millionen Muslime und er hat zehn Millionen Muslime aus dem Scham vertrieben, zusätzlich zu seiner Beteiligung an der Tötung von Zehntausenden von Muslimen im Jemen. Daher sagen wir, dies ist ein großer Tag, ein Tag der Freude für die islamische Ummah. Herzlichen Glückwunsch an die islamische Ummah. Einige sagen, Israel habe ihn getötet. Bei Allah, meine Freunde, dies ist ein Krieg zwischen Persern und Römern. Die Muslime freuten sich in der Zeit des Propheten Muhammad. Frieden sei mit ihm über den Sieg der Römer in dem Krieg, der stattfand und auch im Heiligen Koran erwähnt wird. Natürlich müssen wir den Batiniya, unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Unser aufrichtiges Beileid an alle trauernden und verwitweten Batiniya-Araber über die Ermordung von Hassan Nasrallah. Wir sagen ihnen, dass wir wissen, dass ihr eine Familie seid und dass ihr alle Nachkommen von Abdullah ibn Sabah und Nachkommen der Sabayana aus dem Kufa-Kreis seid. Diese Kriege haben natürlich viele batinische Persönlichkeiten enthüllt, die sich hinter dem Vorhang der Arabität und der arabischen Nationalität sowie der Achse des Widerstands und der arabischen Achse verborgen hielten. Wir sagen dem palästinensischen Volk, dass es die restliche islamische Ummah nicht dafür tadeln soll, dass sie sich über den Tod dieses Verbrechers freut. Wir haben gesehen, was er den Kindern und Frauen in Syrien angetan hat. Es ist ein Krieg ohne Ehre. Ich weiß, dass Kriege zwischen Armeen oder Kämpfern auf den Schlachtfeldern stattfinden, aber sie betreffen auch Kinder, Frauen, Zivilisten, Unschuldige und Wehrlose. Das hat seit der Zeit der Mongolen niemand getan, außer Iran und seinen Milizen. Lassen Sie uns beginnen und Ihnen erklären, was diese Ereignisse bedeuten und was passiert ist. Zuerst, wie Sie sehen, hat Israel alle Führer der ersten Reihe in der Hezbollah getötet. Sie haben jetzt Hassan Nasrallah, die Nummer 1 in der Partei, getötet. Fouad Shukr, der als Stabschef der Partei gilt, Ibrahim Aqil, der Kommandeur der Spezialkräfte, Ibrahim Al-Qubaysi, der Kommandeur des Raketenprogramms, Ali Karki, der Leiter der konfrontativen Kräfte im Süden Libanons und Mohammed Nima, den Kommandeur der Einheit Aziz Fala. Sehen Sie, was es bedeutet, dass Israel Hassan Nasrallah tötet? Das bedeutet, dass die Hezbollah entblößt ist und dass all diese Informationen an Israel übergeben wurden. Der Krieg dauert jetzt seit etwa 10 Monaten an oder 11 Monate. Es ist natürlich, dass ich mich im Kriegszustand befinde, dass es hohe Geheimdienstvorkehrungen gibt und dass es tatsächlich verlockend sein könnte, Hassan Nasrallah zu töten. Es gibt also keine Entspannung, obwohl klar ist, dass es Spione innerhalb der Hezbollah gibt. Ich sage, dass Iran all diese Informationen übergeben hat, denn nach der Explosion der Geräte wurden 5000 Führungskräfte der Hezbollah aus den Eliteeinheiten getötet und das gesamte Kommunikationsnetzwerk fiel aus. Es gab Tote, jemandem wurde das Auge ausgestochen und andere wurden schwer verletzt. Es ist offensichtlich, dass Israel auch die Motorola-Kommunikationsgeräte gesprengt hat. Es ist klar, dass als die Hezbollah entdeckte, dass Israel sehr starke Informationen über alles innerhalb der Partei hatte, Hassan Nasrallah und das Geheimdienstsystem der Hezbollah die maximalen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen mussten. Es wäre also zu erwarten, dass Israel mit der Eliminierung von wem beginnt? Es sollte mit der Eliminierung von Hassan Nasrallah beginnen, während er sich zu Beginn in einem Zustand der Entspannung befindet. Aber Israel gibt weiterhin Warnungen aus. Wir haben den Mann getötet, den zweiten, den dritten, rechts, links. Wir haben Kommunikationselemente getötet. Achte darauf, dass all deine Kommunikationsgeräte, Hassan Nasrallah, wir, der israelische Mossad, hören und sehen alles. Dennoch konnte man nicht feststellen, dass dies keine drahtlose Überwachung ist, sondern eine menschliche Überwachung vom Feld aus und eine enge Überwachung von Hassan Nasrallah. Ich bin mir sicher, dass seine Frau und seine Kinder nicht über seine Bewegungen informiert sind, wenn es um staatliche Angelegenheiten und solche Gruppen geht. Der Mann erzählt seiner Frau nichts, er erzählt seinen Kindern nichts. Im Bereich der Geheimdienste und der strengen Geheimhaltung haben wir gesehen, wie der Prophet Muhammad, als er sich auf den Weg nach Mekka machte, um Mekka zu erobern, nicht einmal seiner Frau Aisha oder Abu Bakr al-Siddiq, dem stellvertretenden Staatsoberhaupt, mitteilte, wohin die Armee gehen würde. Sicherlich hat Hassan Nasrallah das auch so gehandhabt. Ich bin überzeugt, dass der Ort, an dem Hassan Nasrallah sich unter der Erde in Beirut versammelte, mit etwas in Iran verbunden ist, oder dass die Firmen, die den Ort selbst gebaut haben, iranische Unternehmen und iranische Ingenieure sind. Hezbollah ist letztendlich eine libanesische Organisation und Libanon ist ein kleines Land. Das bedeutet, dass du über Technologiekriege sprichst. Technologiekriege erfordern alle Köpfe aus der ganzen Welt. Selbst Amerika, wenn es sich die technologischen Fragen und Technologieunternehmen in den USA ansieht, findet Köpfe aus Indien, Köpfe aus China, Köpfe aus Nigeria und aus Ägypten. Denn diese Erfahrungen sind selten. Man kann in einem Land einen finden oder auch nicht. Das bedeutet, dass man aus einer Bevölkerung von 100 Millionen vielleicht einen findet oder auch keinen. Ich bin mir oder schätze, dass dies der Ort ist, an dem ein Angriff stattfand, an dem Geräte zur Sensorik oder zur Erkennung oder Ähnliches installiert sind und die mit Iran verbunden sind oder eine Verbindung zu Israel haben. Denn es wird angenommen, dass dieser Ort gesichert ist und dass sich alles in völliger Geheimhaltung bewegt. Es wird angenommen, dass Hassan Nasrallah auf alle modernen Technologien während seiner Bewegungen verzichtet hat, um nicht überwacht zu werden. Aber es ist ganz klar, dass alle Informationen bei Iran sind und Iran diese an Israel weitergibt. Natürlich ist er anwesend. Wie konnte Israel wissen, dass Hassan Nasrallah in diesem Moment, zu diesem Zeitpunkt, in diesem Jahr, an diesem Ort ist? Und das Gefährlichste ist, dass Israel sogar nach dem Angriff, denn der Angriff war spekulativ, ich habe Informationen erhalten, dass Hassan Nasrallah an diesem Ort ist, also habe ich ihn angegriffen. Es könnte sein, dass meine Informationen falsch waren oder gelogen wurden, aber es stellt sich tatsächlich heraus, dass er dort war und angegriffen wurde. Danach erklärt Israel zuerst den Tod von Hassan Nasrallah, bevor Hezbollah selbst es tut. Das bedeutet, dass Israel von seinem Tod wusste, bevor Hezbollah es wusste. Stellt euch das vor, das zeigt, dass selbst nach dem Tod von Hassan Nasrallah Israel Spione in der oberen Führung von Hezbollah hat, die all diese Informationen besitzen. Hier, meine Damen und Herren, da alle Führer der Partei getötet wurden, kann die Partei überhaupt keinen Krieg gegen Israel führen. Die Partei ist jetzt nackt, meine Freunde. Die Partei ist sofort, ich meine, Israel hat ihr den Kopf abgeschlagen. Ja, sie hat ihr die Eingeweide und Gliedmaßen abgetrennt, denn 5000 von den Elitekräften, die am besten im Bereich Kommunikation, Bewegung und Funk ausgebildet sind, sind alle in den Händen der Feinde. Hier entdecken sie, dass die Hezbollah tatsächlich eine Armee hat, die ohne Krieg besiegt wurde, bevor der Krieg überhaupt begann. Hassan Nasrallah sagt seit Beginn des Krieges, dass wir nicht an diesem Krieg teilnehmen, sondern lediglich Unterstützer sind, die von außen applaudieren. Er hat Raketen auf Hühnerfarmen abgefeuert, was zur Umweltverschmutzung führte und die Umweltschützer haben sich beschwert, warum er die Umwelt verschmutzt und Insekten tötet. Hassan Nasrallah hat seine Verbrechen gesteigert, indem er Kühe und Hühner tötete. Und es gibt keine Macht und keine Stärke außer bei Gott. Wir haben uns darüber beschwert, dass er Insekten tötet. Und als er dann seine Führer tötete, entwickelte sich die Situation so, dass er auch Hühner tötete. Israel beschloss, ihn zu töten, obwohl er nichts getan hat. Das alles sind nur Spiele in der Kolonie, Tagesspiele und nichts weiter. Hassan Nasrallah, der schiitische Hezbollah-Libanese, hat Israel keinen Krieg erklärt und hat nicht einmal beschlossen, gegen Israel zu kämpfen, selbst in seiner letzten Rede, die vor 48 Stunden aufgezeichnet wurde. Er sprach von Ruhe und Gelassenheit und seine Rede bedeutete, »Hey Israel, wir sind Freunde« und entschuldigt uns, wir sind gezwungen, Feuerwerke zu machen, damit die Hezbollah und andere schiitische Gruppen aus Iran junge Muslime rekrutieren können. Die Dinge erforderten eine bestimmte Anzahl von Raketen in bestimmten leeren Gebieten, wie in einer Hühnerfarm. Seine letzte Rede vor seinem Tod war eine entschuldigende Rede. Ich glaube, dass Israel erkannt hat, dass dies ein einfacher Sieg ist, der sie nichts kostet. Es sind Informationen vorhanden und sie drücken auf den Knopf für die Rakete und trainieren eine Rakete ohne Antrieb, ohne Krieg und ohne irgendetwas. Hier ist das, was ich mir gewünscht hätte, dass das, was Hassan Nasrallah hinrichtet, das libanesische Volk ist. Das libanesische Volk führt die Hinrichtung durch. Aber sie haben jetzt die Unreinheit gewaschen, denn was wird die Geschichte jetzt schreiben? Israel hat Hassan Nasrallah, den Führer der schiitischen Hezbollah im Libanon, getötet. Warum? Weil er gegen Israel mit dem palästinensischen Volk kämpfte. Ich weiß nicht. Mit seinen sunnitischen muslimischen Brüdern. Das wird die Geschichte schreiben. Wir haben die Fälschung der Geschichte gegen unseren Herrn Muawiyah gesehen. Die Fälschung der Geschichte gegen das Umayyad-Kalifate. Die Fälschung der Geschichte gegen unseren Herrn Uthman ibn Affan. Und wir sehen jetzt die Fälschung der Geschichte in den Ereignissen, die wir erleben. Die Fälschung der Geschichte gegen das Osmanische Reich. Und sie haben die Geschichte von Präsident Morsi in Ägypten gefälscht, während wir leben und Augenzeugen sind. Und sogar ein europäischer Historiker sagt, die Geschichte ist die Lüge der Lebenden über die Toten. Was werden sie jetzt schreiben? Hassan Nasrallah wurde von Israel getötet. Was kommt in den Kopf eines einfachen, gewöhnlichen Menschen? Hassan Nasrallah ist ein Held. Und er ist gegen den Zionismus und den Imperialismus. Die Leute lesen Bücher und informieren sich über das, was in Syrien passiert ist. Und über die Verbrechen in Syrien. Und wer hat Qasem Soleimani getötet? Amerika. Warum töten sie? Es liegt am irakischen Volk, Qasem Soleimani zu töten. Und das libanesische Volk kann Hassan Nasrallah töten. Aber sie wollen, dass man ihnen einen Freispruch gibt, dass man ihnen Heldentum zuspricht. Gleichzeitig sterben sie und haben ihre Geheimnisse. Man stelle sich vor, Hassan Nasrallah würde seine Memoiren schreiben, wie ein Skandal. Hier sitzen die Störenfriede, die sich von ihm befreien wollen. Und er hat seine Geheimnisse. Er ist ein Stein im Weg und das Theater verlangt, sich auf diese Weise von ihm zu befreien. Und das ist auch das, was mit Qasem Soleimani passiert ist. Qasem Soleimani starb mit seinen Geheimnissen. Natürlich hatte Hassan Nasrallah ein dreistündiges Interview beim iranischen Sender Al-Mayadin. Ich lade euch alle ein, es auf YouTube anzusehen. Es ist ein historisches, aufdeckendes Interview, in dem er sagt, dass er Qasem Soleimani getroffen hat und dass wir in Syrien besiegt wurden. Das syrische Volk hat uns besiegt, die iranische Armee wurde besiegt, die Milizen der Hezbollah wurden besiegt und alle pro-iranischen Milizen wurden besiegt. Dieses wehrlose Volk, die Ärzte, die Bauern und die Ingenieure haben sie besiegt. Er sagt, dass wir zur russischen Armee gegangen sind und den russischen Präsidenten Putin gebeten haben, uns zu retten, da wir ertrinken. Alle Siege von Hassan Nasrallah und all diesen Milizen wurden entweder unter dem Schutz der Luftwaffe der NATO oder unter dem Schutz der russischen Luftwaffe und mit Unterstützung dieser Informationssysteme erzielt. Aber als die NATO ihre Luftunterstützung und ihren Schutz für nur eine Stunde von Hassan Nasrallah und seiner Partei abgezogen hat, fielen sie wie Staaten ohne Wert, wie Spreu, die der Wind verweht. Wo ist die Hezbollah? Wo ist das? Wo ist all das Gerede? Und natürlich, denken Sie daran, dass im Jahr 2006 die Medien und Fernsehsender uns zeigten, dass die Hezbollah stark sei und Israel besiegt habe und wie sehr sie uns täuschten. Im Gegenzug für diese Lügen haben sie den Irak, Syrien, Libanon und Jemen verloren. Jetzt hat das Internet vieles aufgedeckt, aber Sie sehen die strenge Zensur im Internet. Wir leben in einer Diktatur der Unterdrückung, der Zensur und des Verbots. Aber trotzdessen gibt es 2% Freiheit und wir haben einen sehr großen Teil dieses Theaters entdeckt, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie Kamenei töten wollten, ihn getötet hätten. Weil Sie seine Bewegungen kennen und wo er sich befindet, bedeutet das, dass wir spielen. Aber mit wem spielen Sie? Mit dem Blut der Menschen im Irak? Dem Blut der Menschen im Jemen? Dem Blut der Menschen? In Syrien? Und so weiter. Diese Bilder sind der beste Beweis dafür, dass jeder, der mit Iran zusammenarbeitet, sofort Informationen an Israel weitergibt. Das bedeutet, Ismail Haniyeh, der Führer der Hamas, wo haben sie ihn getötet? Sie haben ihn in Teheran getötet, nicht in der Türkei, sondern in Iran. Warum? Weil alle Informationen zu Iran gehen, also haben sie ihn getötet und wussten, wo er war. Und wo haben sie Saleh al-Aruri getötet? In Libanon, unter iranischer Kontrolle. Und Hassan, Nasrallah selbst, wir können nicht sagen, dass Hassan Nasrallah gegen sich selbst konspiriert hat, sondern Iran hat gegen ihn konspiriert. Vergleich das mit den Hamas-Führern, die im Gazastreifen sind, der heute 5 Kilometer breit und 40 Kilometer lang ist und über dem israelische Flugzeuge 24 Stunden am Tag fliegen, während die Panzer vorhanden sind. Israel ist also militärisch im Gazastreifen präsent und trotzdem konnte es die Hamas-Führer nicht töten. So ist es, als ob Israel zögert. Jeder, der mit Iran zusammenarbeitet, wird von Israel zögerlich behandelt, während wir im Gazastreifen sehen, dass Israel seit 10 Monaten nichts unternimmt. Es gibt auch einen Beweis dafür, dass Hamas nicht in Iran verwundbar ist und weiß, dass Iran alle Informationen, die es über Hamas hat, weitergeben wird. Der Beweis ist, dass alle Hamas-Führer im Ausland, über deren Informationen Iran verfügt, getötet wurden, wie sie sehen können. Kommen wir nun zu dem größten Nutznießer davon. Netanyahu, der israelische Premierminister, hat einen leichten Sieg errungen. Wenn Sie mich fragen, ob das auf die militärische Stärke Israels hinweist, dann nein. Denn die israelische Armee hat keine Kämpfe gewonnen. Sie haben einen Raketenangriff durchgeführt und, aus nachrichtendienstlicher Sicht, war es ein Erfolg, weil sie es geschafft haben, dies zu tarnen. Aber sind sie im Krieg? Hat er es geschafft, in den Süden Libanons einzudringen? Er bombardiert nur? Wird Israel in den Süden Libanons einmarschieren und einen Krieg führen? Vielleicht, das ist sehr wahrscheinlich. Netanyahu hatte eine schlechte interne Lage. Die Situation in Gaza ist schrecklich. Also kam ihm ein leichter und medialer Sieg zugute. Was bedeutet das? Sie sehen im Fernsehen, ich habe sie zerstört, ich habe sie getötet. Schauen Sie, wie viele ich getötet habe. Auch Hessbollah. Das wird natürlich seine Popularität bei den kommenden Wahlen erheblich steigern. Dieser Sieg wird anhalten. Das sage ich Ihnen. Ich habe es in früheren Videos gesagt. Krieg ist ein Feuer, das sehr leicht entfacht werden kann, aber der Wind kann es nach rechts und links tragen. Das bedeutet, wenn du dich mit deinem Nachbarn streitest und das Feuer in seinem Haus entzündest, ist es sehr schön, dass die Seele seines Vaters verbrannt ist und sein Haus niedergebrannt ist. Aber dieses Feuer kann sich ausbreiten und die ganze Stadt in Bewegung setzen. Und der Wind kann die Funken an einen anderen Ort tragen. Das ist es, was passiert ist. Der Krieg in Gaza hat begonnen. Jetzt seht ihr. Die Entwicklung. Denn wir können die Kette der Reaktionen nicht kontrollieren. Natürlich sagt die USA immer noch, dass sie die Dinge im Griff hat. Aber Gott weiß es besser. Ihr seht, der Krieg in der Ukraine hat begonnen und Putin kann ihn nicht stoppen. Und jetzt wiederholt sich die Situation, denn es ist eine große Schande, wohin der Krieg führt. Wir können nicht sagen, dass es einen israelischen Sieg gibt, bis wir den letzten Schuss oder die letzte Rakete in diesem Krieg hören. Bis dahin können wir das Ergebnis nicht beurteilen. Und ihr habt gesehen, dass im Ersten Weltkrieg die deutsche Armee die russische Armee überwältigte und die russische Armee sehr weit in Anatolien vorrückte. Wisst ihr, wo die russische Armee im Ersten Weltkrieg ursprünglich war? In der Stadt Mossul im Irak. Und dann endete sie besiegt und gedemütigt. Und der Staat Russland, das zaristische Russland, fiel. In der Zweiten Weltkrieg besetzte die deutsche Armee Paris. Die Kriege haben sich gewendet. Und zu sagen, dass Israel gesiegt hat oder so, das weiß nur Gott. Ich sage Ihnen mit voller Überzeugung, dass, so Gott will, Gaza als Sieger aus diesem Krieg hervorgehen wird. Gaza wird siegreich sein. Denn dieses Volk in Gaza glaubt an Gott, den Erhabenen. Und Gott enttäuscht nicht diejenigen, die an ihn glauben. Das ist eine Regel, an die man glauben sollte. Aber was ist die Zukunft Irans? Natürlich hat das, was passiert ist, das Vertrauen der Mitglieder dieser iranischen schiitischen Milizen stark erschüttert. Es ist eine Entblößung, meine Damen und Herren. Eine Entblößung all der Heldentaten, die darüber gesagt wurden. Es ist leeres Geschwätz. Was bedeutet das? Abgesehen von Schadenfreude, Freude und Trauer sollten wir rational denken. Die Grundlage der Politik ist, dass jeder, den du nicht selbst geschaffen hast, ein schlechter Mensch ist. Seid ihr als libanesisches Volk oder als islamische Völker die, die Hassan Nasrallah hingerichtet haben? Nein, ihr seid lediglich Zuschauer auf der Bühne. Ihr seid nicht die Regisseure des Geschehens, sondern andere haben es inszeniert und bestimmen, wohin es geht. Nach rechts oder nach links. Wenn wir uns die Situation im Libanon ansehen, habe ich große Angst, denn ich befürchte, dass ich seit mehreren Jahren einen Plan zur Entfachung des Bürgerkriegs im Libanon sehe. Ich sage dem libanesischen Volk, haltet euch an den Frieden, denn diese Leute planen gegen euch und werden euch zu Brennholz machen. Und ich sage das auch den Christen im Libanon, denn die Christen glauben, dass die christlichen Staaten auf ihrer Seite stehen. Ich sage ihnen, diese christlichen Staaten haben, wie Iran, Hassan Nasrallah und Hezbollah, nur als Kanonenfutter benutzt. Diese Staaten, die euch unter dem Tisch versprechen, werden euch ebenfalls zu Kanonenfutter machen. Glaubt nicht, dass diese Regierungen ein Herz oder Loyalität haben. Es sind keine Staaten, sondern leere Worte. Ich sage, dass der Bürgerfrieden im Libanon bewahrt werden muss. Die Situation ist sehr ernst, meine Damen und Herren. Schaut euch die Lage an. Hier sind die Schiiten im Libanon. Natürlich kann es einen Fehleranteil geben, aber das ist nicht unser Thema. Was im Krieg von 2006 geschah, war, dass es einen offenen Krieg gab, in dem Hezbollah Israel angriff und Israel Hezbollah angriff. Währenddessen applaudierten die Menschen Hezbollah, während sie Muslime sunnitischer Herkunft aus dem Süden des Libanon vertrieben. Hezbollah machte den Süden des Libanon schiitisch und führte eine Vertreibung aller sunnitischen Muslime aus dem Süden des Libanon durch. Er sagte, dass Ägypten im Krieg sei und es militärische Schäden gebe. Als der Krieg endete, wurde ihnen die Rückkehr in ihre Dörfer und zu ihrem Land verwehrt. Es stellte sich heraus, dass das Ziel des Krieges die Vertreibung der sunnitischen Muslime aus dem Süden des Libanon war. Und sie sind trotz der 20 Jahre seither nicht zurückgekehrt. Die Lücken bestehen bis heute für die sunnitischen Muslime aus dem Süden des Libanon, die von der Rückkehr in ihre Dörfer und Häuser ausgeschlossen sind. Natürlich sagt Hezbollah, dass diese sunniten Muslime sind und dass diese Verräter sind und so weiter. Aber wer hat dir heute gesagt, dass Hassan Nasrallah? Wissen die sunnitischen Muslime, wer Hassan Nasrallah ist? Und du solltest eigentlich die strategische Bedeutung verstehen und sie sind die sunnitischen Muslime, die die Geräte importieren. Ich war sehr überrascht, dass sie Geräte für die Sicherheit haben, die dir sagen, dass du nichts durchdringen kannst. Ich habe Literatur im Abitur studiert und verstehe nichts von Technologie. Ich meine, was wird gefragt, wenn du so etwas machst, um eure Telefone vor dem Eindringen zu schützen? Wir sitzen hier, einfach in der Luft. Du bist ein Gerät, das du nicht selbst hergestellt hast und dessen Geheimnisse du nicht kennst. Das bedeutet, du bist ein Gerät, das du nicht verloren hast. Wenn du eine Druckversion kaufst, wird auf dem Druckpapier eine geheime Nummer mit dem Datum des Drucks und der Seriennummer dieser Druckversion abgedruckt. Das ist nur ein Blatt Papier, das vielleicht Flugblätter verteilt, die zu Protesten gegen die Regierung aufrufen. Sie fotografieren das Blatt, um herauszufinden, von welcher Druckversion es stammt und gehen zu dem Geschäft, in dem du es gekauft hast. Wer kauft das? Stell dir das vor. Und das ist ein Druck, keine Kommunikationsgeräte. Ich war sehr überrascht, dass diese Leute mit Kommunikationsgeräten so einfach auf der Straße unterwegs sind. Das ist wirklich seltsam. Wichtig ist, dass es zuvor einen Krieg zwischen Israel und Hezbollah gab. Und währenddessen gab es einen anderen Krieg, einen Vertreibungskrieg gegen einen Teil des libanesischen Volkes, weil er zu den sunnitischen Muslimen gehört. Was passiert jetzt? Die Situation wiederholt sich. Die Schiiten in Beirut werden in die Gebiete der sunnitischen Muslime im Norden vertrieben. Werden sie nach dem Krieg zurückkehren? Oder wird Iran ihnen Waffen liefern und einen Bürgerkrieg in Tripolis im Norden Syriens beginnen, was zu Problemen führt? In Folge dessen werden beide Seiten zusammenbrechen und die Milizen von Samir Gea Gea werden die Kontrolle über ganz Libanon übernehmen. Ich sehe, dass der Plan darin besteht, dass sie jetzt eine Vertreibung der Schiiten durchführen. In die Gebiete der sunnitischen Muslime im Norden und somit werden diese sich in diesen Regionen ansiedeln. Danach wird Iran diese Elemente bewaffnen. Sie sind bereits bewaffnet und haben militärische Erfahrung und es wird einen Bürgerkrieg in diesen Gebieten entfachen. Hier kontrollieren die Milizen von Samir Gea Gea den gesamten Libanon. Dieses Szenario, ich glaube, wird Iran maßgeblich bei der Umsetzung dieses Plans beteiligt sein. Ich sehe die Situation so, dass die Beseitigung von Hassan Nasrallah und seiner Gruppe eine Frage aufwirft. Was kommt danach? Ja, wir haben uns gefreut und uns darüber lustig gemacht. Aber was kommt danach? Das ist das große Bild für mich in Bezug auf die Situation im Libanon. Was kommt nach Hassan Nasrallah? Ein Teil dessen, was passiert ist, ist, dass Iran ein schiitisches Imperium geschaffen hat. Wie Sie sehen, besetzt Iran jetzt den Irak. Iran besetzt Syrien. Iran besetzt den Libanon. Iran besetzt den Jemen. Sie haben ein schiitisches, iranisches Imperium. Das ist für Israel inakzeptabel. Warum? Weil Israel in allen Ländern der Welt präsent ist. Israel oder andere Länder. Jedes Land möchte groß sein und die umliegenden Länder schwach. Wir haben im Ersten und Zweiten Weltkrieg gesehen, wer das britische Imperium zerstört hat. Das war Amerika. Großbritannien war während des Ersten Weltkriegs geschwächt und wurde besiegt. Wenn man auf Wikipedia nachschaut, wann Amerika in den Ersten Weltkrieg eintrat, findet man, dass es im April 1918 eintrat und der Krieg endete ungefähr im August 1918. Das bedeutet, dass Amerika nur vier Monate im Ersten Weltkrieg war und dennoch siegte und an den Verhandlungstisch kam. Und Großbritannien erklärt die Unabhängigkeit Ägyptens, was bedeutet, dass zu dieser Zeit das ägyptische Volk auf die Straßen ging und die amerikanische Flagge hisste. Wir Muslime haben von den beiden Weltkriegen profitiert. Stellen Sie sich vor, Algerien, Marokko und Tunesien, das waren französische Gebiete, in die Frankreich Millionen von Franzosen angesiedelt hat. Wäre es nicht für die Niederlage Frankreichs im Ersten Weltkrieg und seine Niederlage im Zweiten Weltkrieg, wären die Amerikaner nicht gekommen, um es zu übernehmen. Denn die Wahrheit ist, dass die Amerikaner nicht die Befreiungsbewegungen wollten, die die Europäer und Franzosen wollten. Die Amerikaner sagten, geht, wir bleiben hier. Und die Amerikaner kamen und blieben. Wo immer der amerikanische Imperialismus ist, ist es ein wirtschaftlicher Imperialismus, der Probleme verursacht. Man kann nicht sagen, dass es nicht so ist. Es ist nicht das Verbrechen des Kolonialismus von Frankreich. Denn Frankreich hat das algerische Volk insgesamt unterdrückt. Wichtig ist, dass wir als Muslime von den beiden Weltkriegen profitiert haben. Gut, was ich sagen möchte, ist Folgendes. Es ist Amerika, das protestantische, weiße, evangelikale Land, das das britische Empire, das ebenfalls protestantisch, weiß und evangelikal war, zerstört hat. Amerika ist ursprünglich die Tochter Britanniens. Und dennoch hat Amerika die Existenz des britischen Empires, das denselben Glauben, dieselbe Ethnie und dieselbe Sprache teilt, nicht akzeptiert. Was dort passiert, ist eine Koordination eines amerikanisch-iranischen Bündnisses. Für Israel gibt es jedoch ein Problem, da Iran in dieser Größe eine Bedrohung für sie darstellt. Denn in einem bestimmten Moment denkt Israel, dass Amerika sie verraten könnte. Und es ist natürlich möglich, dass viele der Grundannahmen, die in diesem Krieg geäußert wurden, sie tatsächlich verraten. Israel ist besorgt um das Leben seiner Bürger. Wir haben gesehen, dass die israelische Armee israelische Zivilisten bombardiert, obwohl sie wissen, dass sie dort sind und sie bombardieren sie trotzdem. Wir haben in diesem Krieg viele Dinge gesehen. Und ich habe diese Dinge in früheren Videos vor dem Krieg erwähnt. Ich glaube, ich möchte nicht sagen, was ich denke. Aber wenn es jemanden gibt, der meine Videos hört und versteht, was ich sage. Also was jetzt passiert ist, dass die Amerikaner sagen, dass Iran seinen Schlag ausgeführt hat. Iran wird ein schiitisch-persischer Staat sein, während der Irak ein schiitisch-arabischer Staat sein wird. Sie wollen hier zwei sunnitische Regionen schaffen. Die Kurden sollen hier einen Staat haben, Syrien wird ein nusairitischer Staat sein und Libanon wird ein christlicher Staat sein. Sie wollen auch Saudi-Arabien aufteilen. Also wollen sie es in Natscht, Hijaz und die Hijaz-Stämme aufteilen. Grundsätzlich wollen sie eine Teilung vornehmen. Und auch in Ägypten wollen sie im Süden und an mehreren Orten teilen und in der Türkei ebenso. Ich glaube, dass die Niederlage der Hezbollah und so weiter letztendlich dazu führen wird, dass es zu einem Ende kommt. Denn letztendlich ist es nur eine Ansammlung von Kämpfern und Gewehren zum Schutz der NATO-Allianz. Eine Ansammlung von Kämpfern zum Schutz der russischen Armee. Ich denke, in der kommenden Zeit wird Iran militärisch aktiv werden. Und zwar in Saudi-Arabien, Jordanien, der Türkei und Ägypten. Und könnte sich die Situation in Aserbaidschan auch ändern. Ich sage Ihnen ganz klar, Iran hat schlafende Milizen, die das Prinzip der vorübergehenden Friedlichkeit in allen islamischen Ländern verfolgen. In einem Moment der Schwäche dieser Regierungen wird Iran Bürgerkriege in all diesen islamischen Ländern entfachen. Iran hat in der Stadt Qum 50.000 Studenten. Das heißt, der iranische Geheimdienst rekrutiert nach Belieben. Und ich sage Ihnen, dass Iran Gift ist. Und das Gegenmittel gegen diesen iranischen Einfluss sind Yazid und Muawiyah. Die Geschichte der Umayyaden bedeutet die Geschichte von unserem Herrn Muawiyah ibn Abi Sufyan und die Geschichte von unserem Herrn Yazid ibn Muawiyah. Dies ist eine Frage der nationalen Sicherheit. Wir sprechen hier nicht über die Geschichte, in der es Menschen gibt, die dumm sind. Muawiyah ist gestorben. Ali ist gestorben. Al-Hussein ist gestorben. Und Yazid ist gestorben. Du solltest dich nicht mit Menschen beschäftigen, die vor 400 Jahren gestorben sind. Aber Iran nutzt diese Geschichte aus, da sie uns derzeit Probleme bereitet. Und dazu führt, dass Völker aus ihrem Land vertrieben werden. Es ist an der Zeit, dass alles, was die Abbasiden gefälscht haben, in den Müll geworfen wird. Alles, was die Priester der Abbasiden geschrieben haben, gehört in den Müll. Denn das wird dazu führen, dass die Ausbreitung des Irans in unserem Land gestoppt wird. Die Angelegenheit von Yazid, Muawiyah und den Umayyaden ist eine Frage der nationalen Sicherheit. Und nicht eine Frage von Parteien oder ähnlichem. Es gibt Scheichs, entweder Scheichs der Batiniya, die lügen. Ich meine, ich habe wirklich in den authentischen Hadithen von Sahih al-Bukhari geheime Hadithe gehört. Der Hadith in Sahih al-Bukhari besagt, dass der Prophet auf der Kanzel sprach, als unser Herr Ali die Tochter von Abu Jahal heiraten wollte. Und der Prophet sagte ihm, dass er nicht die Tochter von Abu Jahal heiraten könne. Der Streit zwischen dem Propheten und der Tochter von unserem Herrn Ali fand auf der Kanzel statt. Und das ist in Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Dawud und An-Nasai verzeichnet. Also in den sechs authentischen Büchern. Das Ereignis ist erwähnt und von mehr als einem Überlieferer überliefert. Aber du findest den Hadith, dass ich die Stadt des Wissens bin und Ali die Tür dazu ist, nicht in allen sechs Büchern, aber er ist auf allen Kanzeln vorhanden. Das ist ein Rätsel. Ich las gestern in einem Buch der batinischen Schiiten mit dem Titel Das Buch von Salim ibn Qais al-Hilali. Die batinischen Schiiten sind diejenigen, die behaupteten, dass Umar ibn al-Khattab das Handgelenk von Fatima, der Tochter des Propheten, gebrochen hat. Ich war überrascht, als ich das Buch las, dass es die Quelle ist, aus der die sunnitischen Muslime all die Lügen beziehen. Selbst wie und wann der Prophet starb. Sie lesen aus diesem Buch, ohne es zu erwähnen, denn das ist nicht einmal in der Geschichte verzeichnet, noch in den Büchern der schiitischen Ravafid. Das bedeutet, dass die schiitischen Jafari und die Zwölfer-Schiiten in diesem Buch nicht vorhanden sind und plötzlich behaupten die frühen Schiiten, dass dieses Buch gefälscht und manipuliert ist. Während meiner Recherche fand ich heraus, dass es die historische Erzählung oder die Geschichte gemäß den Ansprüchen der batinischen Schiiten widerspiegelt, die uns in Ägypten regiert haben, nämlich die Fatimiden, die Bayiden, die Karamiden und die Assassinen sowie andere. Das Wichtigste ist, dass dies zeigt, wie wenig die Situation gut ist, wie wir es erwarten. Leider wird der Krieg fortgesetzt und die Vertreibung der Völker wird bald geschehen. Das ägyptische Volk wird bald vertrieben, das saudische Volk wird vertrieben und das omanische Volk übrigens. Oman ist in Gefahr und ich habe Angst um das omanische Volk vor der Vertreibung. Ich sage dem omanischen Volk, dass sie jetzt den Wert von unserem Herrn Amr ibn al-As erkennen sollten, der den Islam in Oman verbreitet hat. Das türkische Volk steht kurz vor der Vertreibung und natürlich ist die Sprachbarriere zwischen Arabern und Türken ein Risiko. Ich sage, dass diese Türken wie Menschen sind, die auf einer Bühne bei einer Hochzeitsfeier tanzen, während die ganze Feier voller Bomben ist, die jeden Moment explodieren können. Und sie sagen, warum bist du? Wir sind glücklich, mein Freund. Die Leute in der Türkei glauben, dass es sich um eine arabische Angelegenheit handelt, nicht um eine türkische Sicherheitsangelegenheit. Warum schreiben sie auf YouTube, dass die Türkei so viel wert ist wie Ägypten? Ich sage, dass Muawiyah im Recht ist, Yazid im Recht ist und Al-Hajjaj im Recht ist. Als ich nach dem Fall des Osmanischen Reiches suchte, fand ich, dass alle geheimen Strömungen sagten, dass wir die Nachkommen von Al-Hussein sind und die Macht wollen und dass wir die Kalifen sind. Die osmanischen Sultane haben die Herrschaft von uns gestohlen. Das ist wichtig. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen. Aber das ist Geschichte. Die Situation ist sehr, sehr ernst. Das setzt voraus, dass der Weltkrieg nicht stattfindet. Die Ermordung von Hassan Nasrallah ist Teil einer Veränderung der Landkarte in der Region und des militärischen Gleichgewichts. Der Tod von Hassan Nasrallah wird zu einer militärischen Allianz zwischen der Islamic Resistance Movement Hamas und den USA führen. Ich habe das in früheren Videos gesagt und einige haben sich darüber lustig gemacht, aber das ist mir egal. Ich habe einen Bürgerkrieg im Sudan vorhergesagt und leider ist er eingetreten. Vor einigen Tagen war ich auf Twitter und sagte, sie werden Hassan Nasrallah töten. Sie könnten ihn mit seinen Geheimnissen töten und das ist jetzt passiert. Vielleicht ist das also eine Vorhersage von mir. Jetzt sind wir wirklich im Dritten Weltkrieg. Die Ukraine ist aktiv und der Krieg in Palästina sowie all die anderen Angelegenheiten, wie ihr hier seht, sind Teil des Weltkriegs. Es gibt zwei Blöcke. Den Block China und die chinesische Armee, die übrigens unser Nachbar ist. Sobald die chinesische Armee Iran durchdringt, ist sie mitten in Saudi-Arabien. Wenn die chinesische Armee Iran durchdringt, ist sie in Damaskus. Wenn die chinesische Armee Kasachstan erreicht, ist sie bereits in der Türkei. Denkt nicht, dass China weit weg ist. Wir haben Bildung und Unwissenheit. China ist ein Nachbarland und es gibt keine Trennung. Unsere Grenzen sind die Grenzen Chinas. Denn es gibt fiktive Entitäten, die keine militärische Macht haben. Der Rest hat keine militärische Stärke. Iran ist ein Land ohne Armee. Wichtig ist, wer den Krieg führt und das Schicksal der Welt bestimmt. Die militärische Überlegenheit muss die Seeengpässe kontrollieren. Die Straße von Hormuz muss besetzt werden. Die VAE und Oman müssen die Bab-el-Mandeb-Straße besetzen. Djibouti und Jemen müssen besetzt werden. Der Suez-Kanal muss kontrolliert werden. Ägypten und Palästina müssen besetzt werden. Istanbul muss eingenommen werden. Und die Burg in der Türkei muss erobert werden. Der Malakka-Sund in Malaysia muss ebenfalls besetzt werden. Und diese Insel Sri Lanka muss eingenommen werden. Wer diese Seeengpässe kontrolliert, wird im Dritten Weltkrieg siegen. Und das ist für alle Strategen und Militärs verständlich. In Bezug auf den Ersten Weltkrieg konnte Deutschland trotz aller Siege die Seeengpässe nicht kontrollieren. Wir haben die Straße von Gibraltar und zum Beispiel die Insel Sizilien. Es gibt Inseln zwischen Malta und Malta, die Teil der wichtigen militärischen Operationen beim Überqueren der amerikanischen Truppen nach Italien sind. Also von Algerien und Tunesien nach Italien. Wer die Seeengpässe kontrolliert, kontrolliert die Seeengpässe, die, wie Sie sehen, alle in der islamischen Welt liegen. Die islamische Welt ist das Schlachtfeld des Dritten Weltkriegs. Und wenn China die Muslime auf seine Seite zieht, wird es siegen? Wenn Amerika die Muslime auf ihre Seite zieht, wird sie siegen. Natürlich möchte jede Seite, dass die Muslime in ihren Kriegen als Kanonenfutter dienen. Also, mit wem wird Amerika hier ein Bündnis eingehen? Achtet darauf, dass die Erzählung, die uns präsentiert wurde und die falsch ist, besagt, dass Israel als Macht für die Juden gegründet wurde. Israel wurde als Militärbasis gegründet, die für den Suezkanal verantwortlich ist, genau wie Djibouti eine Militärbasis für die Straße von Bab el-Mandeb ist, genau wie Gibraltar eine Militärbasis zur Kontrolle der Meerenge ist und dass Zypern auch Teil der Militärbasis zur Kontrolle des Suezkanals ist. In der Straße von Malacca gibt es eine Militärbasis, die zur Kontrolle dieser Meerenge dient. Daher benötigt Amerika hier, um militärisch Kontrolle über diese Region zu erlangen und gegen die chinesische Armee zu kämpfen, 10 Millionen Soldaten. Amerika wird also einen starken Verbündeten brauchen. Der Krieg hat bewiesen, dass die starken Verbündeten in dieser Region nur zwei Parteien sind, Hamas und die Türkei. Wenn der erste Schuss zwischen Taiwan und China fällt, wird Amerika fragen, wer könnte unsere Verbündeten sein, um die Muslime zu mobilisieren. Und wenn du die Muslime auf deine Seite ziehen willst und China sie auf seine Seite zieht, sind das zwei Milliarden Muslime, was eine riesige Zahl ist. Wenn China die Muslime auf seine Seite zieht, wird es den Krieg gewinnen und einfach die Welt regieren. Wenn Amerika die Muslime belügt, wird es die Welt natürlich beeinflussen. Die Bewegung, die sie zur Kontrolle des Suezkanals antreibt, muss Israel aus dem Weg räumen. Wenn die chinesische Armee vorrückt und Damaskus erobert, wird sie, da die chinesische Armee eine Landarmee ist, alle ihre Operationen landgestützt durchführen. Daher muss Israel aus ihrem Weg geräumt werden, denn Israel ist für sie verdächtig. Israel ist die dritte Partei und die chinesische Armee kann nicht vorrücken und den Suezkanal kontrollieren, während sie Israel als militärische Basis hinter sich lässt. Hier wird Amerika nach starken Verbündeten suchen. Der Krieg hat bewiesen, dass Israel militärisch nicht stark ist und dass Iran militärisch schwach ist und Hezbollah militärisch schwach ist. Daher hat Amerika keine andere Allianz als mit der Türkei und Hamas, denn diese beiden Länder und Seiten haben militärische Erfahrungen, Erfahrungen in der Produktion und Erfahrungen in Geheimdienst- und Finanzangelegenheiten. Und um es klar zu sagen, es ist nicht aus Schadenfreude, sondern es zeigt, dass Hezbollah keine militärische Kraft ist. Das ist leeres Gerede und die Winde drehen sich. Das bedeutet, Israel hat sie besiegt, ohne dass israelische Soldaten auf dem Feld sind. Stell dir vor, die Armee von Hassan Nasrallah, die Armee von Hezbollah, wird besiegt, ohne dass ein israelischer Soldat einen Soldaten von Hezbollah sieht und der Krieg ist beendet. Es war ein einseitiger Krieg, ein Krieg ohne Kämpfe zwischen Soldaten. Selbst in Gaza gibt es militärische Auseinandersetzungen. Es gibt Kämpfe, aber hier gibt es keinen Kampf. Er besiegt sie einfach mit seiner Hand und das war's, mein Junge, die Sache ist erledigt. Ich hoffe, unsere Zuschauer haben das Bild klar gesehen. Zum Schluss bitte ich euch, den Kanal zu abonnieren, indem ihr auf diesen Button klickt. Einige Brüder sagen, meine Videos seien gut, möge Allah sie belohnen. Aber Leute, lasst meinen Kanal in Ruhe, das ist mein Kanal. Lasst ihn bitte so, denn die Leute schreiben mir, dass sie nicht wissen, welcher Kanal meiner ist, weil es viele Kanäle gibt. Möge Allah sie vermehren und segnen. Es sollte klar sein, wo der Kanal ist, der die neuesten Kommentare zu Nachrichten und Ereignissen hat. Ich werde ein neues Bild hochladen, inshallah, das eine schöne Überraschung enthält. Also, inshallah, das neue Bild. Und dann bitte ich darum, dass niemand dieses Bild verwendet, Leute. Bitte, möge Allah euch beschützen. Bis zum nächsten Mal. Frieden sei mit euch und die Barmherzigkeit Allahs und seinen Segen. Frieden sei mit euch und die Barmherzigkeit Allahs und seinen Segen.